Der wichtigste Ratschlag in deinem Leben? Man sollte niemals aufgeben, weil wenn man nicht aufgibt, dann kann man viel erreichen im Leben. Wer bist du und was machst du? Also ich bin Lena Hanschmidt und ich mache eine Lehre als Küche am Land, Oberösterreich. Und ich arbeite in der Betriebsküche in Linz. Was ist das Coolste an deiner Ausbildung? Dass man viel Neues lernt und auch, dass man viel neuer Sachen ausprobieren kann. Was ist die größte Herausforderung? Das mit der Einteilung mit der Zeit, dass man wirklich Mittag fertig ist mit ihm, auch die Vorbereitung und dass auf den nächsten Tag auch alles vorbereitet ist. Worum geht es in deiner Ausbildung? Es geht ums Kochen und auch um das Organisatorische, dass man in der Zeit her, dass man das alles schön schafft in einer Zeit, in gewissen Stunden oder einen gewissen Vormittag zum Beispiel. Wie bist du zu der Ausbildung gekommen? Ich bin durch die Jobsuche. Bin ich dann auf das Internet, hat man da geschaut, was man sich findet und da bin ich dann aufs Land gekommen. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen? Teamfähigkeit und Geschicklichkeit sind auch wichtig. Ein typischer Tag in meiner Dienststelle? Also jede zweite Woche mache ich das Null-Buffet und wenn ich das gerade nicht mache, dann helfe ich überall, was wir brauchen. Warum mir mein Lehrberuf besonders gefällt? Es gibt viel Abwechslung, also man schaut wirklich, dass man überall mal draufkommt, in der ganzen Kuchel, in jede Abteilung einmal. Was du wissen solltest? Dass es einmal sehr stressig sein kann. Es gibt Tage, wo mehr zum Teil ist und dann hat man halt auch ziemlich einen Stress. Warum eine Lehre beim Land Oberösterreich? Es gibt eine gute Ausbildung und eine Fortbildung, zum Beispiel das Lehrlingscollege. Da treffen auch die ganzen anderen Lehrlinge, die auch noch so am Land Oberösterreich arbeiten.